Elysium-Batterie. Getunt. So, dann stopfen wir das rein, dann hauen wir diese Zünschen da einfach irgendwie so rein, und dann wird das schon funktionieren, oder? Würde ich sagen, das passt schon wieder. Egal. Was? Was? Das ist die Elysium? Ich dachte, es ist so wie die Discovery. Tut mir leid, Leute, ich habe keine Ahnung von Feuerwerk. Schlimm ist das mit mir, wirklich schlimm. No. Schlimm ist das Feuerwerk in der Gelegenheit. Schlimm ist das Feuerwerk. Schlimm ist das Feuerwerk. Untertitelung des ZDF, 2020